Baddha-Yogeshwarasana, die gebundene Herr-der-Yogis-Stellung, ist ein Asana, welches in Asana-Aufzählungen erwähnt wird, aber in den klassischen Texten nicht beschrieben wird, so sagt es Garote in seiner Enzyklopädie of Traditional Asanas. Es gibt mehrere Asanas, die man als Baddha-Yogeshwarasana bezeichnen kann. Zum einen den Drehsitz mit gefalteten Händen, also Baddha-Matsyendra-Sana, denn Yogeshwara, Herr der Yogi, ist auch ein Beiname von Matsyendra. Yogeshwara ist aber auch eine Bezeichnung für Shiva. Shiva ist Herr der Yogis und die typische Stellung für Shiva ist der Lotus. Und so können wir als Baddha-Yogeshwarasana die gebundene Lotus-Stellung bezeichnen. Yogeshwara ist zwar auch eine Bezeichnung für Krishna, aber wenn wir meistens von Yogeshwara sprechen, ist damit Shiva gemeint. Shiva sitzt im Lotus, Baddha-Yogeshwarasana, die Stellung im gebundenen Lotus. Dann gibt er seinen großen Meister namens Marichi und es gibt Marichyasana-Stellungen, die auch sehr viel mit Baddha zu tun haben, also gebundene Marichyasana-Stellungen. Und Fabian zeigt jetzt zwei davon, die auch etwas fortgeschrittener sind. Die Marichyasana-Stellungen 3 und 4 oder auch C und D genannt, haben dieses gebundene Element in besonderem Maße. Baddha-Yogeshwarasana, gebundene Herr der Yogi-Stellungen. Wenn dir diese Vorführung gefallen hat, klick doch auf Gefällt mir, der Daumen hoch. Und wenn du sie ausprobiert hast, dann schreib über deine Erfahrungen. Und wenn du eine andere Stellung kennst, die den Namen Baddha-Yogi-Swarasana hat, dann schreib es doch in die Kommentare oder schick eine E-Mail an